Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video, heute wieder mit Lukas und Tim in Rank drinne. Viel Spaß! Ich seh meinen Mauszeiger nicht. Ach, wasch! Nein, nein, wenn wir Kaffee spielen, geh ich nach Hause! Chalet! Lübers, wo bist du? Was? Du hast gesagt, du gehst nach Hause. Wenn wir Kaffee spielen, gehst nach Hause. Ja, ja, ja. Dann geh ich, äh, keine Ahnung wohin, aber dann bleib ich nicht in dieser Lobby, das ist ganz klar. Wir sind ja aber nicht auf Kaffee, oder so? Ich glaub dran, dass wir spielen. Das wär der schönste Tag meines Lebens. Und wenn wir dann verlieren, wärs immer noch der schönste, schönste Tag meines Lebens. Washington ist zurückgekehrt, wird nicht gecancelt. Genau deswegen bleibt man immer ernsthaft. Der Tim kennt sich da ja mit aus. Ja, ich weiß. Ja, der Pendel sitzt jetzt hier AFK, Alter. Der Typ, der mit der Kamera rumrennt. Bandit, bewegt dich! Ach, Digger. Wir haben dich lieb, das wollte ich dir nur sagen. Das sind zwei von unseren Mates AFK. Ja, Lützer schießen. Nee, Bandit bewegt sich wieder. Ah, und dann auch. Oh, jetzt! Ja. Ich glaub, ich fühle das grad zu sehr dafür, dass wir gleich hart auf Schnauze kriegen. Ja, der Bandit ist kacke. Gott, hier ist ein Blech, Bernd. Hilfe. Oh mein Gott, was war das für... Okay, ey, ist das krass. Jungs, ist das euer scheiß Ernst, Alter? Ist das krass? Ich muss nachladen. Was auf Stairs hoch? Digger, ich hasse Blackbeard mit seinem Schild, Alter. Magier, Ragequid, alles klar. Lukas? Ja. Tim, Tim, Tim. Ah, ja. Fatal Error, Kurt. Ich wollte grad sagen, Tim ragequitted, Alter, das wurde ihm doch zu viel. Dann wird sich ja mit Druck zerbrechen. Was ist... Warum sollte mir nochmal Master rumgehen? Kite! Wollen wir seiner Kite da? Was ist das für eine Logik? Kenner... Ich bin jetzt sofort wieder im Spiel drin. Aber jetzt bin ich noch im Squad und jetzt darf ich nicht Dream protecten. Äh, nee, nicht Squad. Jetzt sind wir dir die Ärsche alleine. Romeo ist zurückgekehrt. Unter nem neuem Namen, Tim. Ach so. Wer ist deine Julia? Äh, die Lukia. Was, ich? Lukia. Nicht Julia. Ja. Das ist ja schon. Lukas, mach die Klammer oben hin. Mach ich. Hättest du sowieso immer gemacht. So gut. Und die anderen sagst, schmeiß ich mal an hier. Da waren dran dran. Ja, ja. Äh, bei... Naja. Ist der Planetierter? Nee. Also noch mal wegnehmen, wenn sie sagen, was ihr da willst. Ja, dann nehmen. Und die. Okay, schön. Oh, der Hatch ist durch Greenforst. Ja, scheiß drauf. Die sind krass. Oh, ist das tief, Alter. Wow. Kann man nicht mal durchkriegen. Ja, doch. Und gerade so. Monty und Pink. Blackbeard hinten dran. Oh, Mann. Das ist noch irgendwas. Oh. Oh. Aber der Monty lebt noch. Ah, ja. Ja. Das ist meine Drohne, Mann. Oh, oh, oh. Sorry, Mann. Hm, meine Drohne. Ich war schon wieder hinter der Wand. Das ist so lächerlich, Alter. Sorry, ich kippe sie dir nicht mehr. Oh, das C4. Das war so göttlich, Alter. Ohne das hätten wir verloren. Ich wollte einfach nur den Monty töten. Und dann passiert sowas. Ja, ich sag's dir. Ich spiel jetzt die Runde wieder wie Kirk Cousins gestern Abend. Und ich sag's dir, ich spiel jetzt wie Kirk Cousins gestern Abend. 17 Pelle geworfen, 3 davon sind angekommen. Das wäre aber nichts Neues bei dir. Ich glaub, das hätte sogar ich hingekriegt. 3 Pässe anzubringen. Das freu ich auf die Playoffs. Oh, ist ja noch Weg 18, stimmt. Noch freu ich mich nicht auf die Playoffs. Noch freu ich mich auf Weg 18, die entscheidenden Spiele. Hoppla. Da waren wir's an der Paul. Ich dreh wieder auf, Junge. Ich hab mich grad ausgetrunken, Jimbo, Timbo. Du hast es wieder vor dem Main, dann schon zu unten. Ingo ist auch da im Büro. Am Window. Das ist ein Maidlobby. Nein, nicht nur dazu. Krill zumindest fährt ne Drohne hoch. Wo wird aufgeschleucht, vermutlich. Da ist jetzt tot noch was vom Main Entrance. Links davon. So stark. Sehr stark, Jungs. So. Wie gesagt. Na, emerierte. Was? Das heißt doch irgendwie emeriert oder so. Dachte ich an den Papst außerdem. Oder die Papst außerdem. So dann ich ihn. Der mich spottet bei Scan. Ich bin hier wieder weg. Einer hat eben nen Hitter, weil ich war zu lost. Ich kann da auch aufmachen mit Main Charges. Ja, ne. Das ist so. Da kann man nur durchspringen. Das ist für meine. Ah, perfekt. Ich wurde von uns sehr viel geholt. Ach, wer losgekommt, ist der erst runter. Ja, zu spät. Ja, zu spät. Schade. Oha, Romeo. Oh, Romeo ist tot. Geh doch Hochdruck. Also, Frost war auf dem Piano. Stand direkt drauf. Ey, jetzt hat er mir auch noch den Gehirn geklaut, ey. Tja, egal. Die haben wir einfach mal überrannt, ne? Die sind wieder hier und die versuchen das gleiche nochmal. Für mich? Okay. Äh, bitte nehmen wir da anderes Fenster. Ich glaub, das wär besser. Ja, aber, äh, sonst hattest du aber Objective drin, wo ich direkt dann rein hiepen kann. An hiepen kann. An hiepen. Ja, aber das, das werden die jetzt wissen. Und da ist... Die haben jetzt schon, die haben da Ella-Dinger dran gepackt. Okay, schau. Geh von hinten rüber hin. Ja. Oder so. Keine Ahnung. Das ist ein Typ, du da hättest du von Pauli Neder nimmst, leider. Scheiß drauf. Warte mal. Warte mal, Tim. Ich krieg die Ella-Dinger da weg. Du machst es einfach nicht direkt und rechne die da nicht mit. Okay. Capcantrap ist weg. Ella-Ding ist auch weg. Ja, der, der Smoke steht direkt da bei dem hinter dem Schild. Rechts in der Ecke. Schade. Ja, aber in der Rotation du, du, ich. Ja, dann ist er gerade. Und da ist auch Mosse noch. Mosse sitzt jetzt hinterm Schild. Ach ne, du bist ja gar nicht Ace. Perfekt. Ich dachte, du wärst Ace. Mach hier mal ein Loch rein. Pass auf, in, äh, Ella, in, äh. Hab sie. Oh, oh. Er war in dem kleinen Raum in, äh, in Scone. Mmmh. Uh. Ich bin in den Streetcam gegangen. Ich bin in den Streetcam gegangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen.